Jetzt ist es soweit. Diese wunderschöne Renovierfassung mit der Birne über mir kommt weg und stattdessen eine richtige Lampe hin. Ich zeige euch jetzt gleich, wie es funktioniert. Als erstes zeige ich euch jetzt mal, welches Werkzeug ihr genau für den Einbohr der neuen Lampe braucht. Zum einen eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und ein Bit-Set dazu. Ein paar Dübel und Schrauben, um die Lampe dann auch in der Decke zu halten. Dann braucht ihr noch einen Leitungsprüfer, wenn ihr nicht genau wisst, wo die Leitungen verlaufen. Einen Spannungsprüfer, um festzustellen, dass auch wirklich kein Strom mehr auf den Leitungen ist. Zusätzlich noch ein Stück Klebeband, dazu zeige ich euch gleich noch, wie wir das brauchen. Und einen Bleistift sowie einen Gliedermaßstab. Der erste Gang führt euch natürlich unweigerlich zum Sicherungskasten, hier hinter mir zu sehen. Der sieht in jeder Wohnung, in jedem Haus ein bisschen anders aus. Das ist jetzt eine sehr, sehr neue Variante. Ich meine von 2019, genau kam der rein. Bei euch kann der ein bisschen anders aussehen. Ihr findet den im Flurbereich vom Haus, Hausflur, Wohnungseingang oder auch mal im Keller, wenn ihr in einem Einfamilienhaus wohnt. Da müsst ihr ein bisschen suchen. So sieht er auf jeden Fall aus. Jetzt geht es erstmal noch um die richtige Sicherung zu finden. Dabei hilft euch meistens so ein Zettel, der hier angeklebt ist. In meinem Fall ist das hier die Nummer 7, die wird erstmal ausgemacht. Und jetzt zeige ich euch, wofür ihr das Klebeband braucht. Und zwar mit dem Klebeband sichere ich das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen ab. Indem ich das Ganze zuklebe, hat den Hintergrund, wenn ihr nicht alleine wohnt und in Gefahr besteht, dass irgendjemand durch diese Tür reinkommt und sich denkt, hä, warum ist der Sicherungskasten an? Und dann die Sicherung wieder reinmacht. Ihr aber gerade an dem Kabel hängen, kann es unschön werden. Deswegen entweder ein Zettel dranhängen, dass ihr gerade was da dran macht, das nicht eingeschaltet werden soll. Abkleben, was auch immer. Auf jeden Fall, dass es hier auf keinen Fall eingeschaltet wird. Jetzt prüfen wir noch, ob kein Strom mehr auf dem Kabel ist. Hier im Bad ist jetzt das Licht ausgegangen. Wir können mal probieren mit dem Schalter, ob wir es nochmal an kriegen. Nein, das lässt sich schon mal darauf schließen, dass die Spannung weg ist. Wir prüfen es trotzdem gleich nochmal mit dem Spannungsprüfer. Ganz wichtig ist noch festzustellen, ob der Spannungsprüfer auch funktioniert. So sieht er aus, wenn er keine Spannung feststellt, also jetzt hier in der Luft. Das heißt, an einer Steckdose, an der noch Spannung anliegt, sollte da was passieren. Okay, hier sehen wir, dass Spannung anliegt. 230 Volt zeigt er und das entspricht dem, was die Steckdose haben sollte. Also einfach hier in die Klemmen reinstecken. Ihr habt ja eben schon an der Steckdose gesehen, wie es aussehen soll. Hier ist jetzt kein Strom drauf, Sicherung ist raus. Also können wir jetzt hier gut dran arbeiten. Da wir jetzt da oben wollen, dass die Lampe genau in der Mitte hängt, hier liegt das gute Stück. Messen wir es jetzt erstmal aus, wie breit das Ding ist und dann messen wir den Raum aus und schauen, wo genau die Mitte ist. Wir gucken, dass die Lampe, die hätte so eine längliche Form, parallel ausgerichtet ist zu dieser Wandseite. Also wenn wir hier 90 cm haben, dann brauchen wir hier vorne auch 90 cm, auch 90 cm. Jetzt ist es wichtig, immer das gleiche Bezugsmaß zu nehmen, in dem Fall diese Wand, weil die Lampe da natürlich sonst schief hängt. Diese kleine Platte ist in dem Fall die Halterung der Lampe. Die müssen wir jetzt so an die Decke schrauben, dass wir hier dann die Lampenhalterung, beziehungsweise die Lampe selbst drauf schieben können. Also, in der Mitte einmal die Kabel durch die Öffnung durch. Da wir uns ja vorhin schon eine grobe Markierung gemacht haben, wo das Ganze ungefähr sitzen muss, das Ganze jetzt genau ausmessen. Da wir jetzt mittlere Bohrungen haben, sollten wir die jetzt genau auch auf 90 cm ausrichten. Passt sehr gut. Genau, wenn wir auf 90 sind, sind wir da drüben auf 90 cm. Also das Teil schon mal parallel zu dieser Wand. Gleichzeitig ist die Markierung, die wir gemacht haben, bei unseren Bohrmarkierung. Das heißt, hier werden wir gleich die Schraube versenken. Wenn eure Bohrung nicht ganz klar ist, wo die Leitungen verlaufen, das ist so ein Leitungsprüfer ganz angenehm. Klappt hier der Bohrung nicht ganz so. Die Decken sind auch Stahlbischung und Fertigteile. Wir können es trotzdem mal probieren. Ich weiß jetzt vom Verlauf hier, dass das Kabel auf jeden Fall hier rüberläuft. Das ist also von uns unbedenklich. Ihr seht, wenn ich das hier dran halte, gibt es einen schrillenden Piepton. Hier drüben auch, weil vermutlich genau da hinten dran Stahl ist. Das bringt uns also nicht viel. Klingt genauso, wenn ich es direkt ans Kabel halte. Ansonsten gibt es hier keine weiteren Anschlüsse in dem Bereich. Die Gefahr, irgendwo reinzubohren, ist also recht gering. Ihr seid euch auf jeden Fall sicher, dass da nichts ist, was hier kaputt macht. Zum Bohren ist jetzt übrigens wieder Klebeband hervorragend, weil ihr damit ganz leicht abmessen könnt, wie weit der Bohr in die Wand soll. Also jetzt hier mal kurz anhalten im Dübel. Diesen Gewindegang hier könnt ihr dann mal ein Klebebandstückchen anbringen. Dass es dann später zeigt, wenn ihr in die Wand bohrt oder in die Decke, wie tief ihr da reinkommt. Weniger Sauerei macht ihr übrigens, wenn ihr eine zweite Person da habt, die euch in Staubsauger hält und es vielleicht absaugt. Aber, ja, ich mache das jetzt alleine, also gibt es jetzt ein bisschen Dreck. Nummer 2. Die Dübel sollen da locker reingehen und werden durch die Schraube natürlich auseinandergezogen. Und dadurch halten sie super da drin. Ich habe jetzt so Universal Dübel genommen. Wenn ihr eine Riehgibs-Decke habt oder eine spezielle Decke, dass da irgendwas Hohlraum, äh, ein Hohlraum hinten dran ist, könnt ihr auch so Hohlwand Dübel nehmen. Es gibt verschiedene Sorten. Da müsst ihr schauen, was am besten für eure Wand geeignet ist. Wie gesagt, für meinen Fall ist so eine Betondecke Universal Dübel. Absolut ausreichend. Jetzt können wir auch schon den Halter hier festschrauben. Dazu schraube ich das Ganze einmal kurz an mit der Hand. Ziehe das Ganze dann mit dem Akkuschrauber fest. Ich habe meistens noch so kleine Langlöcher hier dran zum Ausrichten. Da wir das vorher jetzt genau ausgemessen haben, ist da auch nicht mehr viel Spurraum, zumal diese Langlöcher hier echt klein sind. So soll das sein. Jetzt die Frage, wie schließen wir die Lampe überhaupt an? So, ich zeige euch jetzt gerade nochmal im Detail, wie das Ganze aussieht. Hier gehen die ganzen Kabelenden rein. Hier haben wir einmal in der Mitte den Schutzleiter. Außen haben wir den Nullleiter. Und hier haben wir die Faser angeschlossen. Wenn wir das soweit angeschlossen haben, müssen wir jetzt die Lampe auf die Halterung schieben. So hält das Ganze jetzt schon mal. Klebeband erstmal wieder ab. Sicherung rein. Jetzt wäre es natürlich noch super, wenn die Lampe abschließend auch noch funktioniert. Wir schauen mal. Ha! Das sieht doch gut aus. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Thema, wie hänge ich eine Lampe auf, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sodass ihr auch immer die neuesten Videos mitbekommt. Und ich freue mich drauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der, der er plain書k im Önbrief sie für dich oder hat b Bis zum nächsten Mal.